Ich bin 18, das heißt, ich darf in jeden Stand dran. Perfekt. Und dann ordentlich alles mitnehmen, was geht. Schlüsselanhänger, alles. Und ganz wichtig, Alpha Keys und Beta Keys. Genau. Richtig, das habe ich auch immer gemacht. Habe ich mich auch bekommen, massenweise. Haben sie mir hinterher geschmissen. Oh, ich bin jetzt mal einer der Renten, du auch von jetzt. Ja, ich bin auch einer. Wer bin ich jetzt? Willst du gleich sehen. Die Mapp kann ich auch nicht. Ja, die darf ich überspringen hier, diese scheiß Tartoria-Flacke. Kann man da ja nicht überspringen, ja. Die Nerf ist auch mega, aber ist ja zum Glück nicht sehr lang. Aber die Mapp sieht schon mal geil aus irgendwie. Schaka, tschakcha. Werden wir auch habe ich, also wenn ich wahrscheinlich auch Läufer. Bist du hier bei ganz vielen Leuten? Ja. Ja, dann bist du auch Läufer. Ja, vor dir. Wo steht, vor mir? Ah, oh. Gar nicht gesehen. Hier ist Romia bei mir. Wie sie sich alle zu mir drehen, weißt du? Links, links bin ich. Ja, und jetzt guckst du mal nach rechts. Das ist Flash. Ja, ich kann mich bewegen. Ah, genau. Wer los. Go. Oh, din 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 din. Wadda wadam. Wadda wadam. Zurück. Au. Oh, darauf habe ich gewartet, bis alle tot sind. Bin ich jetzt am Fall? Darauf habe ich gewartet. Oh, sind keine mehr. Können wir einfach durchrennen. Und... What? Ich bin... Okay, berühre nicht das Wasser. Hui. Was ist das denn? Das ist mega schwer, dieses Springenzeug. Ah, scheiße. Hey, eh. Einfach mal da hoch springen, das ist richtig schwer, ne? Oh, fuck. You died? No spectator. Na geil. Sind ja auch alle schon tot? Nee, da. Spectator, ne? Ich bin auch spectator. Absicher schafft, dieser Sprung ist eklig. Ich bin bei diesem... Bei diesem hoch springen, da bin ich voll verkackt. Scheiße. Wie viel hat das noch? Wie viel Leben? Was sehe ich das? Ich glaube, du darfst dreimal sterben. Dann habe ich noch eins. Okay. Oh Gott, warum springt der nicht hoch? Ich meine, der springt gar nicht hoch. Beweg dich. Jetzt. Du kannst einfach durchspringen, jetzt können. Die sind wirklich einfach keiner. Die nächsten stehen jetzt sogar ganz hinten hier. Hinter dem Checkpoint. Oh Gott. Egal. You are died. You are no spectator. Egal, einer von uns lebt noch. Sarah. Wie sieht's aus? Sehr gut. War ja klar. Nee, die Candace hat sowas drauf. Bin ich echt neidig. Bin ich einfach total neidig drauf. Ich meine, sie hat einen Superman Panda Skin an. Ich bin Super Mario, hör mal. Und was bin ich? Super Luigi. Was bin ich? Super Luigi. Nee, nee. So geht dir nicht vor. Was ist jetzt geschafft? Sie hat durchbrennt gerade jetzt, ne? Geht gleich dran. Du musst halt schön verraten. Bis der nächste von hinten kommt und hinter dir kommt erstmal... ...lange Zeit keine mehr. Du bist... ...der Letzte. Bis auf dem letzten Platz. Wir, dich verarschen nach dem Motto. Ich bin weg vom Blockrennen durch. Ja, du kannst eh nichts machen. Bis auf den letzten Platz. Ich wollte deinen Sinn. Bis jetzt komplett gestorben? Nee. Jetzt wartet er hier. Du musst immer inzwischen die Pfeile reinristen. An den Dispensern direkt. Ja, jetzt kannst du durch. Jetzt kannst du durch. Oh. Schon zu Ende. Achso. Alle haben so ne Flagge am Kopf. Wo ist denn dritter Platz? Oh nein, ich kann ja nicht draufschreißen. Ja, wieso haben die so Flaggen? Das weiß ich auch nicht, was das ist. Komisch. Aber jetzt will ich wieder Fallensteller sein. Das ist cool. Ich will auch. Ich mach jetzt nicht mehr. Hm. 11? Nee, 1. 1? Ja, komm, machen. Was? Sag, was gibt's denn hier noch für Games? Was kannst du empfehlen? Weitere. Wie, keine mehr. Schau mal was. Oh, wir haben schon wieder Viertel vor zwei. Was hast du schon erst? Ich bin halt in der Zwischenzeit schon gewohnt. Ah, man kann das Intro-End ausschalten. Echt? Ja, wenn man hier diesen Nater-Stern anklickt, gehst du in die Mitte auf die Settings und dann kannst du es ausschalten dort. Lo, wusste ich gar nicht. Okay. Hab ich gerade ausprobiert, also ich hab mich da mal umgeklickt, da mal ein bisschen. Na gut, dann hab ich jetzt mal den draus. Ne, wie ist die Kack-Dinge? Ne, wie ist die Kack-Dinge? Guck mal, die Älter ist schon wieder hier. Gute Nacht. Bist du jetzt schon im Bett? Ja. Okay, Sarah, dann schlaf gut. Ja. Ja. Gute Nacht. Tschüss. Jo, ciao, ciao. Hey, Rumjad. Ja, bitte. Siehst du den hinter dir mit der Fliege? Der ist gruselig. Ja, der ist Tatsache. Wie sieht es aus wie so ein Typ, der schlägt sich in die Ecke und dann überreicht er dir einen Beutelkotzer? Boah, ne, boah, ich glaub. Go, go, go. Du, 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 du. Ich bin gespannt, dass ich nur gelassen. Nein! Oh! Ich hab gewartet. Und? Was ist denn ernst? Der kann die Dinge auch davon. Wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Oh! Boah, krass. Da ist irgendwas explodiert. Ich bin hinter dir rum. Du bist irgendwie cool. Allgemein sich die Maps sehen geil aus. Och, ne. Oh, du bist grad vor mir ein bisschen kratiert. Scheiße. Alle an der gleichen Stelle. Oh Mann, ey, wir sind so schlecht. Äh. Noll. Ich hab's geschafft. Kann man auch durchrennen. Hier ist keiner. Du hast unten noch drei Buttons. Was können die denn? Strafe left, strafe back, strafe right. Pff. Ach du Scheiße. Och, nö, oder? Verschwinden die Dinger einfach mal. Bei mir ist hier grad kein Typ, der mir die Blöcke wegmachen könnte. Die renne ich jetzt einfach durch. Ich bin jetzt Stage 5. Och Gott, das war's für mich. Ne, ich hab doch noch ein Leben. Krass. Am Rand steht, glaub ich, Lives, oder? Ach, ja, noch vier. Ach so, dann hast du sogar zehn Leben, glaub ich. Hier, bei mir sind jetzt die ganzen Leute, die Fallen stellen. Oder das muss ich zumindest versuchen. Boah. Hä, wie geht das denn? Ich bin trotzdem gestorben. Hä? Oh, oh, jawoll. Hä? Och, nö, ne, ich nicht. Ich dachte grad, weil, ich dachte grad, hä? Hier so ein Enten-Skin ist hier wieder. Hier hat einer so einen Command & Conquer-Skin, so ein Nod-Skin, wie geil ist das denn? Krass. Was haben wir denn noch hier für Games? Gucken. Celeb, keine Ahnung. Kobo ist ein, ja, das ist scheiße. Sollte die Game-Seite in Seek, Hero-Briam, Proparty-Splay. Ja, keine Ahnung, soll man, dass Heroes in, in, das Trouble im Mainville, dass das, keine Ahnung, ich raff das nicht. Können wir gerne machen. Können wir mal probieren. Ja, ja, das Trouble im Mainville. Einfach mal probieren. Eins. Ah, ich bin noch nicht da. Eins, eins, wo ist die, eins, wo ist die, eins? Äh, ja, kann man machen. Kann nicht drauf, tu mir jetzt. Kann auch nicht drauf, ich hab kein, äh, was? Ja, dann musst du nochmal klicken, noch ein zweites Mal. Gut, die kickt wohl noch weit, das geht nicht. Okay. Wieder raus? Ja. Kannst du dir sonst erklären, wie das funktioniert? Wollen wir in Lobby, hier in Lobby 14, rechts? Äh, 14, okay. Ja, das geht. Das andere war auch Premium, deswegen. Also es gibt einen, inno, es gibt ganz viele InnoSense. Das sind die ganzen, zwei Traitor. Spieler, genau, Traitor und Detectives. Ja, das, das habe ich schon verstanden, das haben wir, wie wir das vorhin gespielt haben. Wir konnten weder Waffen wirklich aussammeln, noch irgendwas anderes machen. Das war auf Trouble, Trouble ist glaube ich mega verbuggt. Okay, okay. Hier müsste es eigentlich alles so funktionieren. Trouble in Terrorist Town. Würde mich auch mal interessieren, äh, wenn ich mal den ganzen Zuschauer da habe, wer von den Leuten das installiert hat, das wollte ich immer mal spielen. Ich hab's installiert. Sehr geil. Also wollte ich immer mal spielen, aber ich hatte nicht genug Leute, weißt du, und die Leute, die eigentlich mit mir mal losziehen wollten, die haben mich dann versetzt nachher. Das, das bringt richtig Spaß. Weil wenn du so eine Gruppe hast, die auch komplett in Teenspiegel ist, weißt du? Mhm. Aber du kannst dich einfach gerade verarschen, wenn du Traitor bist, oder... Ah, scheiße. Ich muss den einfach nur Gaby Smart Neur runterladen, ich hab's aber in Steam gekauft. Runterladen, das erinnert mich jetzt hier an mein H1Z1 Problem, die Arschlöcher. Da bin ich so richtig sauer drauf. Ah, fuck. Was ist denn damit? Äh, ich kann mich nicht mehr wirklich einloggen. Also ich logge mich ein, jetzt wird mir angezeigt, dass ich eingeloggt bin. Wenn ich aber auf Play drücke, kommt schon wieder der Bildschirm, so von wegen, du musst dich einloggen. Und das geht immer, immer so weiter. Und dann hab ich ein Ticket geschrieben gehabt, zigtausend Antworten bekommen und heute kommt, äh, die Antwort von wegen, ähm, was war das? Ich sollte gucken, ob ich den neuesten Treiber drauf hab. Mhm. Wo ich denke, Leute, das hab ich euch von Anfang an geschrieben, alles aktuell, neueste Treiber, neueste dies, neueste das. Was wollt ihr von mir, weißt du? Ähm, hier musst du übrigens die Kisten einladen, nix anderes, nur die Kisten. Rechtsklicken. Okay, ich hab die grad rechts geklickt, aber irgendwie... Ich bin, äh, interessiert. Und dann kriegst du halt Steinschwertbogen und Pfeile. Oder Holzschwert. Mhm. Kennst du dieses, dieses neue, dieses Aftermath, oder wie es heißt? Ja, die Infestation Survivor Stories Nachfolge, ne? Ja, die hab ich mir auch schon geholt. Okay, was hältst du von? Wenn man diesen Alpha Key eingegeben hat, dass man das auch kostenlos bekommt. Richtig, genau. Es ist jetzt so, du bekommst das allgemein kostenlos. Es können jetzt mehr Leute drauf. Wenn du damals Infestation hattest, hast du frühzeitig den Zugang bekommen. Und ich hab mir das angeguckt, ich sag mal so, es ist nix anderes wie Infestation. Mhm. Und wo sie eigentlich gesagt haben, dass, ähm... Gott, jetzt töte der mich. Wo sie eigentlich gesagt haben, dass, ähm, sie alles anders machen wollen, ist es im Endeffekt so gewesen, dass es genau gleich ist. Tut mir leid, ich verträte. Toll. Ich bin rausgefloben. Ich muss hier warten. Ich geh mal schnell auf Toilette in der Zeit. Jo, viel Spaß. Viel Spaß sagen. Ne, sorry, ich verträte deswegen. Musste dich leider töten. Das war meine Stimme. Ich wusste gleich, was ich bin, also... Ich müsste im Städt stehen. Ich stand ja nicht deswegen. Ich hab keine Ahnung, was das war. das war manchmal vollendet. rows... ... Ich habe den Schraubchen und die Schraubchen. Ich weiß, wer der Traitor ist. 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 Ja, die Runde ist jetzt zu Ende. Deswegen kommen wir jetzt in die neue rein. Wollen wir in die 19? In die 19 können wir machen, ja. Ich wusste noch, wofür dieses Dings hier neu war. Und wo Ungespielten immer gespielt hat auf dem Server. Und alle haben sich Traitor-Pässe gekauft. Und ihr Premium damit, mit denen wir in den Server reinkommen. dieses 100-Euro-Lifetime-Premium, weißt du? Ja. Ich würde für sowas niemals 100 Euro ausgeben. Ja. Die 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 die. Oh, drei. Oh, drei kann ich nicht auswählen. 3 Was? Ich sage Vot 3 Vot 3 ist mit Cents Hab ich dafür gevotet Das ist gar nicht Und ich Voter Guck mal im Chat unten die Er hat auf eine Waffe reingepostet Siehst du das? Geil Das ist geil gemacht Wie los? Ja keiner gar nicht Ich habe hier irgendwie zu vergeben Woran sehe ich eigentlich was ich bin? Es steht im Chat wenn die Zeit veränder ist Ok So wenn das nicht los geht Keine Kiste gefunden Moin Ich finde hier auch irgendwie nichts Eine Habe ich jetzt schon mal Wo sind die ganzen Kisten? Habe ich schon alle weg Nur ein Holz schwer das geht nicht Gar nichts Drei Zwei Zwei Eins So bei mir steht jetzt I'm you are innocent Das steht bei mir jetzt He? Im Chat in Klein Also ganz groß geschrieben ist dein Dings Was du bist Siehst du das nicht? Da steht in Rot bei dir Killing random players will resolve bla bla Ja Dann bist du innocent Da bist du Hallo Wo wir zusammenlaufen Ich suche immer noch Kisten Aber wir sind die kleine Ja du bist detective Du bist sozusagen unser Anführer Ok Folg mir meine kleinen Skrill Laufen Und wenn ich jetzt Traitor wäre und ich jetzt getötet hätte hätte ich doppelt Irgendwann bekommen Cool Was stehen die denn hier eigentlich alle? Achso das ist der Tester Sebi was war das? Wieso hast du geschossen? Kannst du mal wieder stehen bleiben? Traitor Bleib stehen Du bist Traitor? Also ich hab gedacht das wäre gerade ein Traitor Achso Traitor Tester ist da hinten Wirst du mal gerne hingehen Du bist ein Traitor Kann ich gar nicht abschießen Kann ich gar nicht abschießen Sebi ist ein Traitor Wieso willst du mich schlagen? Kann ich gar nicht schlagen Also bitte Schlag mich mal bitte Wieso kannst du mich nicht schlagen? Doch kannst du Doch Leute Bist du jetzt Traitor? Wieso bin ich das bringe ich? Möchst du in den Traitor Tester gehen damit wir sehen dass du auch kein Traitor bist? Nicht? Ich glaub nicht wo der Teil sein soll Hier hinter dir komm mit Stop Da wo die alle stehen genau Da rechts rein jetzt Hier Wo schlägst du mich? Warum schlägst du mich? Du bist ein Verräter Siehste? Was siehste? Warte mal Damit siehst du jetzt dass ich 100% kein Traitor bin Die Box ist nicht in der Hand Bleibt ausgelöscht Der da oben ballert Johnny ... Ich glaub was ist hier komisch Warum? Was ist denn so komisch? Die haben irgendwie die Skin von Five Nights at Freddy's hier die Zombies Ist denn dein Texture Pack vielleicht so? Keine Ahnung, kann gut sein Voll geil Du lebst also noch? Ja, ich lebe noch Jetzt willst du dich mal ein bisschen einschmerzen Schnitzeln hier in die Menge Guck mal, die töten wir nicht Ja, hier Der hat grad einen Detektiv getötet Der wollte dich grad nämlich auch schon töten Der ist abgehauen Hast du kein Schwert? Nee Wieso sammelst du deine Sachen ein, wenn du jemanden tötest? Oder wenn jemand geschoben ist? Liegen die Sachen auf dem Boden? Ja, ich hab nen Bogen, aber ich hab keine Feile zum Beispiel Achso Aber wenn der tot ist, kannst du sein Schwert einsammeln Oder du fragst mal jemanden lieb, ob du jemanden Schwert für dich hat Bitte? Oder du fragst mal jemanden lieb, ob du jemanden Schwert für dich hat Hast du Rechtsklick auf den toten Körper gemacht? Rechtsklick auf den toten Körper? Wie kann man das? Wenn du mit dem Stick Rechtsklick auf die Leiche machst Dann siehst du, ob das ein Traitor oder ein Innocent war Oh, jetzt ist mein Stick weg Jetzt hast du einen Bogen erkannt, oder? Ja Da kannst du reingucken, ob das ein Traitor oder ein Innocent war Das ist das Detektiv Krass Also war er Detektiv, oder wie? Ja Gut Guck mal, was sind das denn für Leute, oder? Ach, Mumia, hallo Hä, wo, was? Ich sehe dich Guck mal, der hier oben ist bestimmt weiter, hau ihn weg Pass auf Ich sehe dich, ich sehe dich Er ist wegfältig Er ist wegfältig Dicker Er kommt mir so komisch vor Ein Perfektbox, und ich habe graufe einfach nicht meine Gamebox Na, jetzt ist er runtergesprungen Das ist mir kurios Ich kann euch nicht vertrauen Einer von euch muss dieser letzte überlebende Traitor sein Ich versuche mal ganz schlau zu kombinieren Ihr werdet verfolgt von diesem blauen Berg da Ihr schlagt euch schon gegen sein Okay, dann brauche ich meine These gar nicht mehr ausstellen Sondern, ähm Einfach reinkloppen Hier Da, da wird schon wieder einer gekloppt Was ist hier los? Warum? Was ist... Was ist... Was ist... Was ist... Was ist... Weil er ihn schon halt schief angeguckt hat? Er ist kein Traitor Wenn er jetzt die Lichter angehen würde, dann würde der Traitor sein Ja Jungs, äh, geht mal da rein Ich will... Ich will sehen Geh doch mal selbst rein Ja, der Traitor gibt schon freiwillig unsere Tester Ja, es gibt auch so Traitor-Fake-Dinger, dass du da halt nicht angezeigt wirst Da ist ein fettes Kamel, wie geil ist das denn bitte? Ach ja, übrigens, die Köpfe, die die Zombies haben, das sind die Köpfe von den Leuten, die getürt wurden Okay Das heißt, wenn du stirbst, dann steht da ein Zombie mit einem Gute-Mail-Kopf Hier oben ist mit hundertprozentiger Sicherheit weiter dieser Valvo Oder Velo Nein, der ist safe Velo? Nein, nein, dieser Darker Achso Ab, der nächste rein Los jetzt Los, geh da rein Ich muss einen Chat schreiben, dass er da reingehen soll Sonst hören die nicht auf dich Ich mach hier immer die Gestik mit dem Kopf Einfach wegboxen Ich glaub dieser Fellow Warum rennt der weg? Weil er keinen Vertrag auf sich lenken will, weg ist Geh das Geld da rein Pass auf, hinter dir, hinter dir, das ist ein Traitor hier Diese Tosse Die hat den Schalter hier oben legen können Du weißt, dann müsste eigentlich Traitor sein Die da dieses Bunny B8 Ich musste ihn mal unboxen, dass hier ein Tester gehen soll Die hat Raketen, siehst du? Das kann nur ein Traitor glaub ich haben, oder? Ja Okay Bin mir nicht sicher Ich weiß nicht, was das ist, wo man die Raketen herkriegt Guck mal, die schießen Der Typ da ist bestimmt einer Der DK Wenn er schießt Jetzt geht da wieder ein Tester Ich sag entweder Velo, Zwangel oder dieses... Ein Zwangel Wenn sie zurückboxt, ist sie Traitor Siehst Traitor Sie hat den Dings geboxt Da oben auf dem Turm ist und ich weiß, wo der Traitor ist Hier, Romia Macht hier Zucht und Ordnung hier Romia, ich weiß, wo die Traitor sind Dann treibt sie alle zusammen Wo kommen die auf einmal alle her? Romia, die bei dir sind sind keine Traitor Keiner davon Hier oben sind die Traitor in so einem Turm Das halten wir auf euch Welchen Turm? Ähm Der höchste Turm der hier ist Der höchste Turm der hier ist Ähm Der höchste Turm der hier ist Der höchste Turm der hier ist Ach da hinten Ja da stehen sie Das sind beide Traitor A-M-Krimba oder so und Wie heißt die? My Sleepy Irgendwas Können die zwei Traitor sein, ich meine Das ist die Balance Gab es etwa drei Traitor oder was? Ich glaube es gab sogar mehr Weil wir waren mega viele Leute Es gab ja glaube ich zwei Detectives Oder drei Detectives Ich glaube vier, fünf Vier oder fünf Traitor Wäre ich der Meinung Einer ist tot Waren wir jetzt beide? Jetzt kannst du beide hochkommen Jetzt sind tot bei Du kannst hochkommen und Items einsammeln Ist da immer noch wer, oder? Ne, hier ist keiner mehr Hä, ich kann die Items nicht einsammeln Oh, ist vorbei Echt schon? Oh Krass Okay Noch ne Runde Ja machen wir mal Das hat lustig, das hat Spaß gemacht Mit Zucht und Ordnung Die sieben? Ne, die ist voll Die acht Ja, da muss ich am anderen Am acht Ja, nehmen wir die acht Relativ leer Vor allem, wie sie auch alle da reingesprungen sind, wie ich die geschlagen habe Kann ich nicht rein Okay, warum? Weiß ich nicht, hier steht Picket, we list connected to rtmv8 Okay Dann müssen wir noch mal raus Back to hub Dann gehen wir in Drei Mh, drei, 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 drei Jo Da geht's komischerweise wieder Ja Ich wurde mir für sechs, denn das ist ne random map Würfelst du, oder was machst du? Ich geb ein Das Grumpy George You should play this server Why? Wut, was? Schreibt gerade einer You should play this server Im Chat, oder wie? Ja, also dass wir diesen Server nicht spielen sollten Why, why we should Ach Gott, da macht einer Ach Gott, da macht einer